Es ist Freitag, der 1. März 2019 und dort ist eine Gruppe von Jugendlichen, die bereit sind, in ein obergutes Probenwocheende zu starten. Es ist Freitag, der 1. März 2019 und dort ist eine Gruppe von Jugendlichen, die wir in der Welt sind. Es ist Freitag, der 1. März 2019 und dort ist eine Gruppe von Jugendlichen, die wir in der Welt sind. Guten Morgen! Ich bin bereit für einen neuen Tag. Schön! 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 Wir sind im Bett! Siehst du? Ab! 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 Wie soll denn das aussehen mit den Zimmern? Wie soll denn die sein? Wesenreisen. Ah, gut. Wollte nur fragen. Tschüss. Lisa, was ist meine Aufgabe? Wesenreisen!